Und guckt mal, ähm, guckt euch mal mein Gesicht an, mein Kopf. Wenn ich jetzt meine beiden Hände hier benutze und das hier ganz weit zusammendrücke, und noch weiter zusammendrücke, dann kann das passieren, dass meine ganzen Gehirnzellen aus meiner Nase rausspritzen und dass meine Kamera nass macht. Deswegen, deswegen drücke ich nicht weiter zusammen, weil das diese Gefahr darauf besteht. Oh Gott, was für eine ekelhafte Corona-Schleuder. Ja, ja, ja.